so ich hatte euch willkommen zurück wir haben ja im letzten partier wir sind hier gezwickert nicht in unserem versteck okay in dem haus interessant so wenn wir rivalen von stufe das ist auch bestimmt auch 3 4 ab 4 killen ist die wahrscheinlichkeit beziehungsweise besteht die chance dass wir eine bessere waffe bekommen jetzt ist die frage und zwar die große frage wo haben wir so welche jetzt stufe 2 das uninteressant stufe 4 der ist schon interessanter ich müsste jetzt mal gucken was für unterschritte waren weil ich gehe nicht in den hausen unterschlupf oder irgendwo auf offenem feld das sind beim arsch warum man nicht darüber zu reden deswegen gucken wir jetzt mal weil so geht das nicht weiter wir haben einfach einfach wirklich schlecht auf das hier ist eigentlich ganz gut da kann ich daran erinnern da gibt es nämlich hier entsteht so wer ist denn da jetzt wo dass ich der stufe 4 stufe 2 im notwendig ist ja alle zwei raus holen so läuft das jetzt kann alles ja komm schon die weißen aber aus der stufe 4 tut die naja dass er wird nicht dahin kommen wo ich ist wo ich ihn haben das kann ich voll vergessen das ist das gebiet hier nee der geht nach unten ok mache ich jemand schnell reise hin zum turm im turm ist es aber auch so eine sache ne im turm ist das auch so eine sache das turm ist gefällt mir nicht so ganz finde ich nicht so prickelnd ist möglich ja aber das wird hart ist mal hier der ist ganz hier in der nähe er ist ja wirklich in der nähe dass man es mal gucken ob wir den irgendwie aufdecken können muss man ganz gut hat man bei der steuerung ok da ist er 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 Boah, da kommt das ganze Meute schon wieder, oder? Vielleicht schneidet das auch nicht. Der scheint echt nicht zu schneiden. Du scheiße. Ich würde mal gern was testen. Ist das da? Das ist einfach zu weit entfernt. Oh, das könnte eine Klappenwaffe. Das ist einfach zu weit entfernt. 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 Das Problem ist, ja, der ist jetzt hinterm Haus. Ah, ich hätte es dann lassen. Das war so dumm. Weil die geben mir halt einfach nichts. Die Handler, klar. Erfahrung, klar. Klar, hätte ich jetzt auf jeden Fall. Würde ich auch nicht nein sagen, aber... Der scheiß Kerbe bewegt sich keinen Millimeter. Ich mache mal kurz einen Cut, dann guck mal, ob ich ihn irgendwie locken kann. So, ich konnte ihn locken, dass er sich bewegt. Er sucht mich. Ich würde sagen, er hat mich gefunden. Jetzt gucke ich, ob er kommt. Denn das ist jetzt entscheidend. Ich hoffe, dass er das ist und ich nicht wieder die anderen Idioten angelockt habe. Oh, sieht gut aus. Das wollte ich. Ah, der ist irgendwo im Haus. Okay. Warte mal noch ein bisschen. Das war's für mich hier. Was ist das? Das war's. 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 ja ist 1800 punkte das glaube ich jetzt nicht dass ich immer den kampf gesehen ich kann es in der Nähe Das zeigt mir immer noch an, dass ich im Kampf wäre. Interessant. So, erstmal hier rein und jetzt gucken, ist der schon wieder weg. Der Kerl ist ja echt scheu. Der Junge ist scheu. Scheu. Fertigkeitspunkt. So, dann geht's. Das ist natürlich nicht die Person, die, wo ich schwirle. Immer wieder die alten, bis nirgends. Wo ist er denn? Weiß ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. das darf doch nicht wahr sein was ist klar dass die mir auf den sack gehen aber die anderen kriege ich nicht er ist jetzt in meiner nähe und jetzt müssen die natürlich hier nerven was problem ist er hier drin ist es so fucking hell warum kommen die jetzt ich habe jetzt die schnauze vor dass er mir hier die ganze zeit auf den fang geht ja der haut wieder ab dumme fack gegner hier weil die permanent spawnden ja der ist jetzt weg war super vielen dank der erste doch zum kotzen echt das ist mal wieder richtig zum abrotten ja 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 ich bin nicht aus dem kampf gefunden du bist abgehauen freundchen ja komm glaubst du doch nicht selber nicht dass das klappt oder ja wo läuft denn der rum noch einer ja ja noch einer ich bin gerade gebackt das darf nicht wahr sein äh ne das ist es da kann ich mich ja auch wieder direkt hinsetzen das wäre jetzt voll die ressourcenverschwendung ich habe hier noch die vogel schroth ich habe hier noch die vogel schroth einmischen müssen die gegend hier ist aber wirklich über so wahnsinn was hier abgeht wir sind hier wirklich in einer dauerte also hier kannst du wirklich erfahrung spämmen sagst du ganz klar du kannst hier echt erfahrung spämmen in dem gebiet es ist ja wahnsinn was das hier abgeht apropos wo ist mein freund hier gut leute ich gehe jetzt mal in die kirche und in der next ist in folge versuchen wir den jetzt nochmal zu locken und ich hoffe dass es dann klappt bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann